Wir können wieder zurück und wieder vorrücken und wieder zurück zu G-Dur. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Einheit. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Wir haben schon so viel gelernt. Wir haben schon die Akkorde der Tonart E-Dur kennengelernt. Jetzt waren wir schon in G-Dur unterwegs. Damit könnt ihr fast alle christlichen Lieder begleiten, beziehungsweise sie euch so umschreiben, dass ihr immer mit diesen Akkorden spielen könnt und im Zweifelsfall mit diesem Capodaster euch die Tonarten zurechtrücken. Heute möchte ich euch noch ausgehend von dem G-Dur-Akkord zwei weitere Akkorde, die wir eigentlich schon hatten. Aber die kann ich nochmal anders spielen. Das heißt, wir haben heute wieder Zusatzvarianten. Und das ist ganz cool, wenn man diese einfach mal mit einbauen kann, da der Klang dadurch einfach nicht so langweilig wird. Wir gehen zu unserem G-Dur-Akkord und wir bleiben auch bei diesem. Wir verschieben diesen einfach nur ein paar Bünde nach oben, bis mein Mittelfinger im achten Bund landet. Und wenn ihr mitsehen würdet, die Tonleiter, kommen wir auf C. Das heißt, wir haben wieder einen C-Akkord und wir nennen diesen einfach C-Sus-Akkord. Und er klingt ganz schön. Jetzt mag er vielleicht noch so Oh-La-La klingen. Mal gucken. Aber wenn wir ihn in einer Verbindung haben, in einem Fluss, wenn wir vielleicht auch mit mehreren Musik machen, dann klingt das einfach unglaublich schön, weil man dann einfach die Chance hat, dass man jede einzelne Gitarre, wenn man mit mehreren spielt, auch raushören kann, weil jeder eine andere Akkordvariation spielt. Und wir können noch zwei Bünde hochrücken und dann sind wir beim D-Sus-Akkord und dieser klingt dann so. Das ist schon offener. Es ist auch so ein D-Sus-II-Akkord beziehungsweise es ist ein D-Sus-Akkord, weil wir dort D-Sus-II und D-Sus-IV verbunden haben und können wieder zurück und wieder vorrücken. Und wieder zurück zu G-Dur. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich spiele es euch einmal vor und dann seid ihr wieder dran, dies in euren Liedern einzubauen und ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude. und ich wünsche euch noch ein D-Sus-Akkord. und ich wünsche euch noch ein D-Sus-Akkord.